Für die älteren Gäste, die nicht mehr so ganz so gut zu Fuß sind, haben wir hier auch das Alpenlounge Mobil, das fahrbare Transportvehikel. Kann man sich reinsetzen. Dann wird man von einem CV oder Pfleger, je nachdem, wird man schön hier in einem Wellness-Suit gefahren. Beziehungsweise auch im Winter, jetzt bei Schnee, auch der fahrbare Mittagstisch. Da ist halt die Suppe direkt drin und vor das Zimmer und dann wird halt direkt aus diesem Pott raus auf den Teller gelöffnet.